Wir können einfach oben dran setzen und sagen, wo sind meine Interfaces hin? Hab ich dir echt weggetan? Sauer frech. Wir können uns einfach oben dran setzen, sagen Rezept. Äh, was seht ihr an, nee nicht 13, 1, dann sollte das 1, dann sollte das 1, dann wirklich mit Glück so machen. Bin mir nicht 100% sicher wie das funktioniert. Äh, schau mal. Keine... Entschuldigung, wir haben doch noch welche, ich kann nicht welche machen. Sollte die eigentlich, na schau mal, sagen wir mal 10, start. Das dachte ich mir, okay. Okay. Also müssen wir immer in 256er bestellen. Ganze. 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 Na, ich würde fertig sein. Definitiv. So, dann ändern wir das Ganze einfach mal. Das wird eine Weile dauern. Aber ist okay. Da ist jetzt mal ein Importbus dran. Dann verbinden wir das so. Ist okay, dass es so ein bisschen länger braucht. 22 Minuten. Okay. Ich meine... Hey, I take it. Ja, zur Not, wie gesagt, wir machen... Wir sollten wirklich alles, was wir brauchen, jetzt machen. An Seeds. Okay. Na... Wir können Induction nochmal fertig machen, hier. Na, ihn hier. Haben wir bestimmt fast alles. Ultimate Cube Star. So, also mit Induction Cell. Oh, haben wir schon. Ja, okay. Dann ist das eh fertig. Die Sache ist halt nur, wir brauchen die halt, um... Äh... Viel zu bekommen. Vor dem Obsidian. Du kommst in Enrichment Chamber, ne? Genau. Ja, das kann ich halt auch per Hand machen, wie gesagt. Ne, die Sachen, die halt oben reinkommen, sag ich mal. Da hab ich kein Problem mit, die hier vorne mal kurz zu machen. Oder... Na ja, ich kann doch einfach sagen... Hm... Weiß egal. Bei ihm können wir dann halt, wie gesagt, einfach... Hier rein stöpseln mit. Dann haben wir Refined. Da kann man den einfach... Hier rein tun. Und dann haben wir's. Ja. Ist ja kein Problem. Ist ja alles kein Problem. Ey, 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 ey. Okay. Ne, also... Auf jeden Fall auch okay. So. Machen wir hier ein bisschen Platz im Inventar kurz. Okay. Ähm... Mystical Agriculture. Da... Da... Können wir auch Rezepte für machen. Ah, ist doch schön. Ähm... Add Mystical. Ne, wir können sagen... So. 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 Und so. Schon haben wir... Die Essenzen alle. Entschuldigung, wenn wir die Katze kratzen hat. Darunter rund. Ne. Und so. Alle vier fertig. Das einzige, was jetzt noch fehlen wird, das wären die Seeds. Äh... Nein. Haben wir auch. Kein Problem. Na, hier die... Crafting Seeds. Was. Ups. Äh so. Haben wir das jetzt mit den geklappt oder mit den Ränderwäsche? Meine Fresse. Wieso geklappt das jetzt nicht? Freue ich mich. Ah, weil wir noch nicht genug Potenzium haben. Ich meine, lässt sich alles ändern, ne? So, wir werden auf jeden Fall mehr Dings brauchen, CPUs bald. Äh... Da haben wir drei davon vor mich. Wo? Guck mal hier von... Wo? Guck mal hier von... Wollen wir einen machen? Der mobbt mich. Kann wir so Tier-3-Crafting-Dinge halt auch machen. Mal direkt Tier-4 machen. So... Tier-5 können wir wahrscheinlich nicht machen direkt. Könnten wir. Glaub ich. Ne. Okay. Hier kann ich davon nochmal zwei haben. Nicht? Achso. Dauern. Moment. 10k. Vielleicht sollte man die auch größer machen. Ja, ich glaub die Co-Prozessoren waren ja die, die diesen... die schneller machen. Sind's auch schon. Einen T4-Crafting-Seed. Und stöpseln wir noch mit rein für einen T5-Crafting-Seed. So, den müssen wir jetzt nicht zwangsweise craften. Weil den brauchen wir jetzt gerade nicht. Glaub ich. Oh, das ist ärgerlich. Gut. Decker rein. Und... Ja... Um den anzubringen wäre ein bisschen... unoptimal. Könnte man aber machen. Da direkt dran setzen und dann... Da die beiden Seeds machen. Okay. Ähm... Dann haben wir wenigstens die Sachen schon mal fertig. So. Ähm... Lass uns mal schauen. M ist übrigens mein Lieblingswort. M für 300 Punkte bitte. Wir brauchen Obsidian-Essenzen. Dafür brauchen wir Obsidian-Seeds. Obsidian-Seeds brauchen wir... Wir können auch Refind Obsidian-Seeds machen. Holy Moly. Das wäre richtig super. Die Ingots draus. Hä? Äh... Obsidian. Wollen wir so machen. Machen Intermedium und T3 Seeds. Intermedium. Oh. Machen wir 80. Machen wir 40 Seeds. Bei 2. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 4... immerhin produziert er gut gegen das ordentlich 450.000 wir brauchen nämlich 40 ich will nämlich 40 sie jetzt einfach direkt machen und dann pflanzen wir den einfach direkt da an ja ich würde mich dann auch später auf knopfdruck sagen okay dann kann man die langsame maschine da weg tun und dann sagen easy 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 springer werden wir auf jeden fall brauchen noch ein paar aber keine waterbukets vielleicht noch ein mr redstone lümmel war ja hier sollten wir glaube ich einfach wieder noch mal so ein bucket machen ja man bucket könnte auch einfach nochmal so ein storage machen hier also ein me drive und da flüssigkeiten speichern lassen ja nicht schaden oder was jetzt wirklich alle durchgehend wird jetzt die bucket nicht verwendet ich habe auch ausgesehen verkaufstil rezept gemacht weil ich ein nicht sehr schlauer mann bin oh das ist aber schon weiter geholt ich bin keine schlaue person aber ich bin fast 30 kann man glaube ich schon mit mann sagen so ein junger herr ich immer so witzig ja sie sind ja noch recht jung beim letzten projekt von jose ja sie ist noch recht jung guck's an er sagt ja ich werde in zwei jahren 30 so ja ist doch noch jung in welcher welt ist das denn noch jung also weißt du nur wenn sie da keine ahnung 50 oder so ist unser haus hier wird auf jeden Fall auch noch wachsen das war reichlich muss jetzt nochmal schauen wie weit ich finde es immer noch sehr ärgerlich dass unser reaktor nicht anbleiben kann warum auch immer aber ich meine wie gesagt wir haben noch ein lager von 200 giga rf ich glaube bisher ist der auch nicht oh der hat schon 20 giga rf verbraucht echt wofür das denn vielleicht für die ganzen maschinen da unten müssen wir aber bald ändern ich will ja nicht wissen wie lange so eine induction Dings brauchen wir ok der medium essences sind fertig vier davon keine seeds missing 18 das ist frech das ist frech gold ingos gold ingos um genau zu sein oh ich weiß nicht ob wir das haben könnte eng werden das war knapp muss ich dir vorstellen leute der hat gerade drei stacks äh 36 seeds gekauft mit 36 gold was für ein loser so oh ja was für ein loser hat 58.000 gold normales sieht es eigentlich auch im craften weizen schreddern wir haben natürlich eine option gewählt ok könnte man auch nochmal machen so eine farm für weizen einfach durchgehend pumpen lassen und weizen einfach schreddern ich meine warum nicht und hey 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 ok wird eine sekunde dauern können wir auf jeden fall schon mal die maschinen da holen puch tschuldigung hey he hat gerade ein sehr komisches schwindeln gefühlt aber ich sollte langsam schluss machen tatsächlich das war auf jeden fall jetzt nicht ganz so cool hier gerade äh wir machen die seeds noch fertig dann mache ich glaube ich wirklich feierabend erstmal wir können mal in der zwischenzeit hier ein bisschen durchschauen was es sonst für sachen gibt wir machen können oran und lithium noch haben wir magnesium ist glaube ich nicht so marien star metal rock crystals steel leaf salt limestone ja refined obsidian wäre vielleicht keine schlechte idee tatsächlich fluix stimmt die wollten wir ja auch haben ne weil wir fluix ja nicht so wirklich hier machen konnten ne stimmt weil das mit denen da hinten ja so dumm ist okay okay das wir uns okay manual und zwar enderium vielleicht überlegung wert platinum denke ich mal auf jeden fall hier fast enderium 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 eventuell auch enderium für sachen über skeletten cc mein wird sulfur copper tin wir können in der theorie auch alle ne alle engels und so machen kein problem noch mal wirklich unlimited power wenn man die cc haben können wir halt die ganzen bäume auch weg machen aber wo ich bin denn das holz braucht ja wir werden bestimmt alle zwei millionen die blocs aufbrauchen experience seeds diamond seeds jedenfalls in der überlegung wert emerald time, coal, never die nature seeds wären wahrscheinlich keine schlechte idee fürs nächste mal nature seeds und eventuell die seeds ja 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 wir waren jetzt schon fertig sind wir ja hey das hätte ich aber schneller hingekriegt ja ich muss die glaube ich ne auf jeden fall nochmal upgraden jetzt solche pro prozess noch bestellen hab ich die schon gemacht ja vorher hab sogar schon welche hm jetzt sind die taste natürlich gecleared aber ist ok und seht das bestimmt auch ordentlich sein ich mein klar im endeffekt liegt es immer noch an den geräten die man macht die haben alle die sind ja auch schnell, die sind ja nicht gerade langsam ist das eine Überlegung wert? Habe ich Acceleration Cards als automatisches Rezept? Nee Ich verstehe es auf jeden Fall Ich kann den nur reinziehen, wenn ich die Sachen nicht habe. Jetzt kann ich halt reichlich Acceleration Cards machen. So, weil ich Fluix kristall habe. Okay, Tier 4 Seeds, Alter. Äh Obsidian. So, Dragon Egg. Wollte ich Obsidian eingeben. Oh? Echt jetzt? Ich habe mich wohl verschätzt. Geht das jetzt wirklich schneller? Ja, ich meine, schwer anzuschätzen. Ne? Trotzdem nicht hier von der Seite an. Ich weiß nicht genau, was das hier macht. Hm. Es gibt wahrscheinlich mehr Bytes frei. Bites? 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 Bites. 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 Ja, das war das hier frei. 7 Prozessoren. 7 Prozessoren. So, das ist aber gelogen. Das transferieren ist wahrscheinlich alles fertig. Aber, wer macht der halt noch? Wie viele Fluix Crystals habe ich denn? 138. Das heißt Crystallized Manoralschunk. 3 Prozessoren. 4 Prozessoren. Wie haben sie hier drüben? Eigentlich könnte ich das Rezept auch so reintun. Ja, gehen wir schon hin. Da fällt mir gerade ein, dass wir 10 mehr. Wir müssten 120 hiervon machen. Können wir das machen? So aus. Es wird jetzt nur einen Moment dauern. Äh, Akceleration. Da musst du erstmal niesen. So. Welcher von euch Lümmeln ist es? Du hier. Speed. Ponymoly. Das ist ein schönes Estimate. Wir können es aber trotzdem schon mal pflanzen. Sonst nicht. Naja, pflanzen so nicht. Ich fange dann wirklich an, die Sachen hier dann endlich mal vernünftig hinzustellen. Also. Na ja. Maschinen. Anton. Auch alles schön vorwärts gemacht wird. Los, Katze. Na. Ich legte sich auch noch aufs Mauskabel. Frech. Ey. Ich kann mir mal gut vorstellen, warum es mir gerade nicht so gut geht. Ich habe heute nicht wirklich was gegessen. Zwei Scheiben Brot und eine Pizza. Das ist nicht viel. Muss schon auf den Körper aufpassen. Halt nur einen. Noch. Er ist immer nur zum Glück gecharged schon. Nickele war es, was hier gefehlt hat, ne? Ja. Muss ich es kaum fassen. Dass wir keine M-Mann haben. Ja. Ich meine. Kann man schon mal machen. Außer. Ja. ợö Sesun. Silber. Silbermilch. Ja. Das war Silber. Medium. Wir sind besser wieder fertig zu sein. Gut. Na. Plötzlich Seeds sind ein halbes Feld ungefähr, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, ja ungefähr, ein paar mehr. Lecker obsidian ist und so. Nom 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 nom. Immer 12, haha lecko schmecko. wunderherrlich ok ja ich werde mal jetzt erst mal schluss machen was essen trinken ordentlich und dann schauen wir mal was der schnull sie hier wieder von sich gibt damit ich auf jeden fall sagen ich hoffe die videos haben euch so gefallen falls ja kommentar kritik ist natürlich mal wünscht und wir sehen uns dann beim nächsten mal